Das ist doch nicht... Das ist doch nicht... Was? 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 Das ist doch gut, ja. Schau Leute, was geht denn? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute leider Gottes LWF HD. Ich hab schon wieder eine neue Frisur. Ja, kann ja nur noch schlimmer werden. Jetzt gehen meine Haare so... Ja? Genau so. Leute, wir schauen uns heute Official Try Not To Laugh Meme Compilation an. In Zeiten wie diesen muss man auf jeden Fall das Beste daraus machen und eine Menge lachen und kichern. Und auch wenn ihr alle zuhause seid, kann ich euch nur anraten, bleibt zuhause. Denn draußen läuft irgendwo a wife rum. Yes! Gut, ich würde sagen meine Freunde, wir fangen einfach direkt an. Und da haben wir dieses wunderschöne Video hier. Let's go. Lukas, wer lacht, der muss sich tatsächlich selbst enthaupten. Nee, pass auf. Jedes Mal lachen 10 Liegestütze, okay? Ich hab Muskelkater des Todes. Ich habe... Nee, nee, nee. Das geht nicht. Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Du warst nicht im Gym, die haben alle zu, Junge. Ja, Digga, ich hab mir zuhause Sachen aufgebaut. Pass auf. Nein, nein, nein. Wenn, dann Sit-Ups, weil Liegestütze müsste ich meine komplette Kamera für umbauen. Habe ich keinen Bock drauf. Ja, dann Sit-Ups, okay. Also, nee, nee, warte, wie heißt das? Kniebeugen, meine ich, Dings. Kniebeugen. Ja, okay, okay. Junge, so real. Akani einfach. Hat er sogar schon bei mir gemacht, Junge. Ja, ich hab's nicht geruscht, mein Junge. Nee. Junge, ist das unang... Eins, zwei, drei, vier, 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 fünf, sechs, sieben, acht, neun, sechs. Boah, mein Knie. Ey, mein Knie macht Geräusche. Mein Knie macht Geräusche. Nein. Dieser Typ da in dem Aufzug dran stand. Und den hat ich das kurz an. Jaja. Okay, weiter. Was machen die? Oh, so eine Kettenreaktionsmaschine ist das, Digga. Wo der Ball immer weiterlauft. Oh mein Gott. 50.000 Likes auf dieses Video. Ich baue so ein Ding zu Hause. Ich hab eh Zeit zu Hause. Ich baue so... Ich baue so eine Kettenmacht. Ich baue so ein Ding. Ey, das wär krank. Digga, das wär richtig krank. Ich baue jetzt so ein Ding. Ich hab eh Zeit. Wir sitzen alle zu Hause. Leute. Und dann machen wir ein riesen Ding daraus. Ihr baut Kettenreaktionsmaschinen. Und ich baue welche. Und dann reagieren wir darauf. Unendlich geiler Content. Mega viel Geld für mich. Ich kaufe für eine Insel. Bingo. Na los, perfekt. Geil. Nein, die Katze hält fest. Nein, er ist auf. Wait, wait. Oh Gott. Lukas, du musst 10 Liegestütze machen. Sit-up-Stütze. Digga. Ne, meine Knie knacksen. Wenn ich das weitermache, die sterben oder so. Perfekt. Dann sind wir mit der Challenge auch schon wieder durchgegucken. Es ist einfach nur das Video. Und Grüße geht raus an der Weife an der Stelle. Sorry, Junge. When I see girls tying braids there... Oh, what? 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 Ihhh. Das geht doch nicht. Das ist doch nicht... Das ist doch nicht... Was? LoL. Was? Die fliegen ganz hin. Gib dem Essen. 40.000 Likes und ich hol mir ne eigene Fliege zum Garten. Aber das ist doch Tierkühlerei, oder? Nein, die will das ja. LoL... Oh nein. Oh nein. Das wär aber nicht das... Was? 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 Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn so random? Was? Ich bin in den Motor da reingeschmissen, Arie! Perfekt! Oh! Bo, 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 bo! Irgendeine Graduation Ceremony, da kriegt irgendeiner irgendwas. Was? Einfach Kindergarten oder so? Ja. Irgendwer macht irgendwas mit dem Stuhl. Good afternoon parents! Good afternoon boys and girls! Shut the f***! Einfach, das bin einfach ich als Kind, Jungen. Das bin einfach ich als Kind. Do you need to leave? No! Oh, Junge! Ja, Mann, das waren die Zeiten. 1725. Oh, ja! Oh, ja! Ja, ich komm schon. Junge. Ist das dummer, Junge! Ey, die Leute haben wirklich so getrapped dazu. Old Librarian from Elementary School, Ms. Wilkerson. How are you doing, Ms. Wilkerson? Hey, that's the wrong person. Oh my gosh, my old high school janitor, Frey Wilson. How are you doing, Mr. Wilson? What's going on, man? You working at Walmart now? Help! Hit by Comet, huh? Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Ich hab' nie mehr Zeit, ich hab' halt so beertzen. Das ist so creepy, Junge. Ahhhhhh! Ahhhhhh! chrkkkkkkkkkkkkkkkkkk! Ahhhhhh! Mama! Diese Cartoons aufgefallen sie. ヽ衝 globe Anso Bugspanion oder so was? Oh, oh, bleibt halt verendet. Ich, zwei Tage nach Quarantäne. Das funktioniert nicht, das ist nicht die Kreditkarte, Bro. Info Mambo. Was mach ich drauf? Junge. Oh, sch***. Und weg ist es. Und weg. Junge, dieser Sound, ab dafür. Okay. Ich weiß nicht, ob der Hund... Alles klar. Eines Tage sagt Kali, Digga, warte ab. Das kenn ich. Oh ja, man, alle voll. Ja boi. Ja boi. Ja boi. Ja boi. Ja boi. Das ist arg. Hilfe, was ist das denn? Super Mario in real life. Okay. Eigentlich komplett gleich, oder? Die sehen sich sehr ähnlich, die beiden. Ja. Aber das ist schlecht. Was ist denn topstil? Aus. Schade. Oh. 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 Loll. Alles in diese Schuhe, mein Freund. Digga. Simon Unger auf angelehnt, Alter. Niemals hält das. Oh, es hält. Hahahaha. Dieser arme Arzt. Hahahaha. 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 Das ist halt eine Kakerlake, ne? Ja, du bist da oben. Hahahaha. Das passiert nichts. Boah, das kenn ich von TikTok, Digga. Das ist einfach ein Rafe. Das ist ein Bär. Ja. Alter. Anstatt der Typ wegrennt, rennt er zu dem. Okay, dann kommt er da raus. Hey buddy! Oh Junge, Alter. Junge. Digga, das hätte so nach hinten losgehen können. Ja. Was zum... Was geht denn... Quarantäne. Junge, was... Ach, so ein Affe, der halt für den Film ist, ne? Ja. Oh nein, der wurde von der Biene gestochen. Okay, Digga. Junge, was ist das, Alter? Junge, das ist so dumm, Junge. Jo. Das bin ich, Digga, vorm Spiegel morgens. Oh oh. Oh oh. Auf anders, grüße dich. Das ist mein Hund teilweise auch da. Digga. Aber ist halt nicht so fett. Oh Junge, Alter. Girl, are you dead serious about this credit card? There's a debit card. It's not a real car, that's what I'm trying to tell you. What did you get that for? Manopoli, oder was? You can't call nobody, cause that phone don't work. Ist einfach so ein Spielzeug-Phone. Call me, I told you. If you call me, I'll buy that stuff for you. How's your number? 210. 738. Die ist komplett besoffen, oder? Let me see the numbers on there. Let me see the numbers on there. Let me see the numbers on there. Was da Pikachu drauf? Junge. Junge. Ist das ein Pokédex-Tubbies oder sowas? Boah, wie fett, Alter. Ja, was ist das weird? Ja, safe. Die können das mit dem Seehorn spielen. Dieses Horn, das die anhaben. Boah, Junge, dieser Bass, Alter, Digga. Krank. Ich bin Paul Perkenstein. Und willkommen zu der wide world of web. Heute ist das Internet-Chat-Room. Hallo, wie geht's dir heute? Ähm. Es scheint, Greg hat unsere Menschheit beantwortet. Wir müssen alles, was wir können über seine Interessen, Beine, und die meisten von allem seine Familie. Alles klar. Gut, Leute. Okay. Ja, was lernen wir daraus? Seid vorsichtig mit wem ihr im Internet schreibt. Ähm. Und geht nicht raus. Habt einen schönen Tag. Und denkt dran, ich baue eine Kettenreaktionsmaschine. Macht's gut. Und schaut bei Y vorbei. Tschüss. Danke. Ciao.